4.000 Euro netto sind 400.000 Euro Darlehen möglich. Das Ganze rechnen wir jetzt mal schnell durch. 12 Raten pro Jahr, 10 Jahre Zinsbindung, 4% Zins gehen wir mal aktuell von aus. Wir wissen nicht, wie viel Eigenkapital derjenige mitbringt, hat er jetzt nicht in die Kommentare geschrieben. Schreibt es in Zukunft bitte noch dazu, wenn ihr eigene Berechnungen haben wollt. Wir zahlen 400.000 Euro zum Start aus und wir gehen hier mal mit einer Mindestzählung von 1% rein. Das macht auch nicht jede Bank mit. Oftmals müsst ihr auch schon viel Eigenkapital mitbringen. Und hier liegen wir schon bei einer Monatsrate von 1.666 Euro und hier sind noch nicht mal die monatlichen Nebenkosten der Immobilien mit berücksichtigt. Und die Restschuld liegt hier bei 350.000 Euro. Was ist eure Meinung? Schreibt es mal in die Kommentare, abonniert den Kanal.